Ich bin Manuela Duffe und ich unterstütze Frauen, sich selbstständig zu machen, die Angst haben, sich auf diesem Weg zu verlieren und sich gerne lieber selber finden möchten, weil sie wirklich auch authentisch sich darstellen wollen. Ich habe eine Freundin, die bei euch Kundin ist und sie hat mir erzählt, was sie alles macht und das hat mich sehr interessiert und so habe ich mir bei euch ein Erstgespräch gebucht. Was mir am meisten bei den Sales Angels gefällt, ist, dass der Learning-Bereich sehr systematisch aufgebaut ist, dass es feste Termine gibt, dass wir ständig Fragen stellen können, die Betreuung im Chat ist wunderbar, also man hat auch eine Einzelbetreuung und vor allen Dingen, weil man wirklich merkt, dass ihr das, was ihr weitergebt, auch wirklich selber beherrscht und dadurch gibt ihr ein unheimlich sicheres Gefühl und führt ein unheimlich gut durch den Prozess. Sodass man sich selber nicht mehr ausweichen kann. Ich habe die Fragen gestellt, die für mich wichtig waren, die wurden auch alle beantwortet und überall da, wo ich noch Skepsis hatte, seid ihr mir auch eigentlich entgegengekommen oder habt diese Skepsis einfach ausgeräumt für mich. Ich würde auf jeden Fall die Sales Angels weiterempfehlen, weil man sich einfach gut aufgehoben fühlt, man einen tollen Leitfaden bekommt und trotzdem aber dabei selber authentisch bleibt. Es wird individuell angepasst, es wird ja auch empathisch betreut, und ich finde besonders toll, die Männer, die auch empathisch sind und nicht nur knallhart sagen, du musst durchziehen oder so, sondern dass da wirklich auch Mitgefühl ist und jeder dort abgeholt wird, wo er gerade steht. Musik 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 Musik